Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Let's Play Elektronik hier bei EHIO. Wir haben diesen Versuchsaufbau hier das letzte Mal gehabt. Es ging darum, den RMS von verschiedenen Signalverläufen zu messen, also einmal Sinus, einmal Rechteck, einmal Dreiecksignalverlauf. Wir haben uns auch schon mal angeschaut, wie das beim PWM-Signal und so weiter ausschaut. Jetzt schauen wir uns mal eine andere Thematik an, und zwar, was passiert, wenn wir höhere Frequenzen haben. Jetzt sagt jeder, naja, ich habe hier so einen Standard-Sinus, 50 Hertz, wie er aus dem Netz rauskommt. Warum brauche ich da höhere Frequenzen? Ja, speziell so Messgeräte wie hier das Agilent von mir haben hier eine Tiefpass-Funktion, damit man wirklich auch nur zum Beispiel die Frequenz von den 50 Hertz misst. Denn oftmals kann ein Sinusverlauf vom Netz irgendwie verzerrt sein, bedeutet, man hat irgendwelche Oberwellen drauf, irgendwelche Störungen, oder man hat irgendwie einen Nachbarn, der benutzt dieses Netzwerk über die Steckdose und so Zeug. Dann kann es mal leicht passieren, dass man so ein verrauschtes Sinus-Signal kriegt. Man hat also kein perfektes Sinus-Signal auf der Leitung. Und was dann im Prinzip passiert und was daraus passieren kann, das schauen wir uns jetzt in dieser Folge an. Wir behandeln allerdings nicht nur die Netzthematik, sondern man kann ja auch mal eine höhere Frequenz einfach so messen müssen, weil man irgendwie einen Gleichrichter hat, einen Umrichter hat, irgendwie eine Motoranstörung hat, irgendwas mit einer höheren Frequenz. Und da braucht man natürlich ein Messgerät, das auch höhere Frequenzen messen kann. Wir vergleichen hier mal die Messgeräte untereinander und schauen, da gibt es nämlich ein paar ganz interessante Effekte, wie die das überhaupt handhaben, wie die das Ganze messen und wo dann die Probleme herkommen. Ja, dann wieder schnell zurück zu unserem Zeichenbrett. Wie sieht das Ganze jetzt aus, wenn wir jetzt das ganz einfache, herkömmliche Messgerät anschauen, nämlich unser Drehspulen-Messgerät. Wir haben also hier oben einen Zeiger. Wir haben irgendwas Analoges, das wir da darstellen können. Und da habe ich euch schon mal gesagt in einer Folge, das wird relativ primitiv gemacht bei den Geräten. In der Regel wird nämlich das Signal, das wir vorne an den Buchsen reinkriegen. Hier haben wir zum Beispiel unseren Sinus, den wir reinkriegen. Wird einfach nur gleich gerichtet. Das bedeutet, wir haben hier wirklich einfach einen Gleichrichter mit drin. Also einen ganz klassischen Brückengleichrichter, wie wir das auch aus anderen Schaltungen können. Und dieser Brückengleichrichter sorgt jetzt quasi nur dafür, der macht nichts anderes, wie aus dem Signalverlauf, den wir hier hinten haben. Im Prinzip aus dem Sinussignal macht der Brückengleichrichter nichts anderes, wie ein Signal, das nach oben gleich gerichtet wird. Also wir haben die negative Halbwelle hier, wird zur positiven Halbwelle hier hinter diesem Brückengleichrichter. Ja, so weit, so gut. Und daraus kann das dann irgendwelche Werte anzeigen. Jetzt sieht es allerdings so aus bei dem Gerät, dass dieser Brückengleichrichter auch nur eine gewisse Geschwindigkeit hat. Irgendwann sind die Dioden, die haben eine gewisse Kennlinie, irgendwann sind die einfach zu langsam. Bedeutet, die können dann nicht mehr dieses Signal vernünftig gleich richten und es bleibt zu viel Energie von dem Signal hier drinnen in den Dioden hängen, um das quasi noch vernünftig darzustellen auf der Anzeige. Das wäre jetzt bei den analogen Messgeräten das Problem, das wir kriegen, wenn wir irgendwelche höheren Frequenzen darstellen wollen. Bei den digitalen Messgeräten, wie eben das Agilent und so weiter, sieht das Ganze so aus. Wir haben komplett einen Sinusverlauf und dieser Sinusverlauf wird in der Regel von irgendeinem Mikrocontroller, IC oder was auch immer, abgetastet. Das heißt, zu irgendwelchen fixen Punkten guckt das Messgerät einfach nach, was habe ich an diesem fixen Punkt für einen Spannungswert. Aus diesen Spannungswerten rechnet das Messgerät dann im Prinzip einfach über eine Integration sozusagen sich einfach die Flächen aus, die sich quasi hier drunter verstecken. Und aus diesen Flächen, wie wir ja gelernt haben, RMS, Flächen, Quadrieren, Ausrechnen, Wurzelziehen, daraus berechnet er dann einfach den RMS von diesem Signalverlauf, den er hier reinkriegt. Wenn wir jetzt beim Sinus bleiben und die Frequenz erhöhen, also wir haben hier 50 Hertz, das grüne Signal, und jetzt erhöhen wir die Frequenz, ich glaube, um den Faktor 4 müsste es sein, haben wir natürlich deutlich weniger Punkte, die abgetastet werden. Das heißt, man kann hier schon erkennen, nur weil es sinnbildlich ist, ganz ernst zu nehmen, das ist einfach, damit ihr seht, worum es geht, man kann hier schon erkennen, der wird sich hier mit Fläche berechnen schon ein Tick schwieriger tun, denn er hat einfach deutlich weniger Punkte auf dieser Sinuskurve. Und wenn wir das Ganze jetzt weiter treiben, also wenn wir jetzt eine Frequenz nehmen, die deutlich höher wäre, wie der 50 Hertz Sinus, dann kann man erkennen, da tut er sich richtig schwer mit Flächen berechnen, weil er einfach nicht schnell genug abtastet. Wie schnell die Geräte abtasten, das steht natürlich im Handbuch drin, im Datenblatt drin, das muss man sich also vorher anschauen, was die maximale Frequenz ist, bei der er das RMS darstellen kann. Wozu das Ganze jetzt in der Praxis führt, schauen wir uns jetzt wieder hier am Versuchsaufbau an. Ich habe wieder alle Messgeräte dran, wir gucken uns wirklich jedes Messgerät an. Ich habe jetzt hier einen Wert eingestellt von plus 10 Volt bis minus 10 Volt, ein Sinus. Wir fangen bei einem Kilohertz da an, 50 Hertz da unten, das ist Pille Palle, das schauen wir uns gerade an. Wir fangen bei einem Kilohertz an. Wir erwarten einen Wert von 7,07 RMS, also 10 Vmax durch Wurzel 2 sind 7,07. Das wäre der Wert, den wir so erwarten würden. Ich mache jetzt schon mal gleich die erste Messung. Wir haben hier 7,07, hier haben wir 7,06, hier haben wir auch 7,08, 7,09, 6,7 am Voltkraft und 7,05 hier am analogen Messgerät. Ich werde jetzt mal bei 1 Kilohertz beginnend mit verschiedenen Schritten hochgehen und die Messung aufnehmen bis hoch zu 500 Kilohertz und dann schauen wir uns das Ganze danach mal im Diagramm an, was da so passiert und was wir für interessante Effekte kriegen. Jetzt tut man tatsächlich die Hand wie vom Filmschreiben. Ich habe jetzt hier mal die ganzen Messwerte aufgenommen bei den verschiedenen Frequenzen. Wie gesagt, 1 Kilohertz bis 10 Kilohertz, dann bin ich in 10 Kilohertz Schritten weitergelaufen bis 100 Kilohertz, dann bis 200 Kilohertz und dann nur noch 50 Kilohertz Schritte hoch bis 500 Kilohertz Frequenz. Das Ganze sieht jetzt so aus, wir haben jetzt einen relativ weiten Frequenzbereich von 1000 Hertz bis 500.000 Hertz. Das in einem Diagramm darzustellen, das wird schon wieder ein Tick schwieriger, weil da hat man vorne alle Punkte beieinander und hinten wird es so weit. Deswegen gibt es da eine ganz tolle Möglichkeit, das darzustellen und zwar nennt man diese wundervolle Möglichkeit logarithmische Skalierung. Wie das ausschaut, schauen wir uns jetzt gleich direkt hier im Bild an. Die logarithmische Skalierung mal kurz erklärt. Wir haben hier vorne 1000 Hertz, hier haben wir 10.000 Hertz, hier haben wir 100.000 Hertz und irgendwo da hinten wäre dann ein Megahertz. Das Ganze logarithmisch aufgeteilt, das bedeutet für uns, wir haben immer 10er Potenzen hier in diesen Feldern drin und man sieht diese Striche da hinten, die werden so einen Tick enger. Das passiert durch diese logarithmische Skalierung. Wir haben also beim ersten Strich 1000, dann haben wir 2000 Hertz, 3000, 4000, 5000, 5000, 5000, 5000.000 Hertz, dann geht es weiter bei 10.000 Hertz, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50, 60, 70, 80, 90, 100.000, 200.000, 300.000 und so weiter. Durch diese Skalierung kann man relativ cool so große Wertebereiche darstellen, wie eben jetzt in dem Fall. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Mein Lieblingsmessgerät, das Agilent, das hält diese 7,07 ziemlich gut, bis hier oben, sagen wir mal, bis knapp über 100 Kilohertz, dann fängt es an einbrechen, aber auch noch weit von irgendwelchen anderen Messgeräten entfernt, würde ich mal sagen. Das Coolste, was man hier sieht, oder auch nicht cool, ich weiß nicht, wie man es bezeichnen soll, ist das Grüne. Das ist das 2011er, das war das Analoge mit den 2 Kommastellen, dieses Messgerät, und zwar hat das hier plötzlich so eine Spitze drin. Ich habe euch ja gesagt, er tastet das ab und berechnet dann daraus die Fläche, und wenn es da jetzt irgendwelche blöde Frequenzen gibt, wo er das abtastet, kann es natürlich sein, dass er zu viel Fläche berechnet, wie er eigentlich in Wirklichkeit hat. Das bedeutet, wir haben hier eine sogenannte Resonanzfrequenz an dieser Stelle, wo er ja knapp 12 Volt anzeigt, also fast das Doppelte von dem Wert, was er eigentlich anzeigen sollte. Das ist ein ganz interessanter Effekt, und nach dieser Resonanzfrequenz brechen wir auch komplett ein. Also wir haben hier bei 100 Kilohertz noch 6 Volt, und dann bei 200 Kilohertz zeigt er schon quasi 0 an. Das wäre jetzt für meinen Geschmack der gefährlichste Fall. Also 0 wäre nicht gut, weil wenn ich irgendwas messe und da steht 0, dann gehe ich davon aus, da ist keine Spannung drauf. Heißt, ich lange die Leitung an und ich habe dann zum Beispiel eine 300, 400 Kilohertz Wechselspannung drauf, die dann richtig wehtut. Also das ist eine gefährliche Thematik. Da bitte immer ins Datenplattformmessgerät gucken, was sind die maximalen Frequenzen, die das Ding messen kann. Wenn wir jetzt das Voltkraft angucken, die violette Kurve, klar, der zeigt zu wenig an, damit kann ich grundsätzlich leben. Aber der zeigt auch da hinten noch irgendeine Spannung an, 0, irgendwas Volt. Das wäre dann so ein Bereich, wo ich sagen würde, ja, vielleicht gucke ich doch nochmal mit dem Ostsee drauf, ob wirklich keine Spannung da ist. Weil 0,1 Volt, 1 Volt, sowas um den Dreh rum, 0,5 glaube ich waren es, 0,6. Da gucke ich zumindest nochmal nach, weil da zeigt das Messgerät irgendwas an. 0,0, da gehe ich davon aus, da ist nichts drauf, ich kann hinfassen. Das wäre in dem Fall tödlich und unglaublich schmerzhaft bei der hohen Frequenz. Die anderen Messgeräte einigermaßen, okay, ich sag mal so bis hier, 20 Kilohertz, 30 Kilohertz vielleicht auch noch, messen die alle definitiv in Toleranz. Das hellblaue wäre das Drehspulenmessgerät, wer es noch weiß. Das hat hier so einen Durchhänger und da hinten fängt es sich dann wieder ein Teil, zeigt aber mit unter 6 Volt auch deutlich zu wenig an. Und das gelbe Messgerät und das orange Messgerät, das wären die zwei Hamek Einschubmessgeräte. Auch die sind so bis 20 Kilohertz, 30, 40 Kilohertz absolut in Ordnung. Ja, also ganz wichtig, A, guckt, was für ein Messgerät habt ihr, was ist der obere Frequenzbereich. Wenn ihr nämlich Null messt und ihr langt hin, dann habt ihr ein echtes Problem, das tut weh und ihr könnt sterben. Also definitiv gucken, was hat das Messgerät für den oberen Frequenzbereich. Und wenn ihr davon ausgeht, dass irgendwas oberhalb dieses Frequenzbereichs, sei es ein Wechselrichter, sei es irgendwas, was ihr verwendet, die Frequenz höher ist, wie das, was im Datenblatt steht, nehmt ein anderes Messgerät her, sonst kriegt ihr ein Problem. Bei Messgeräten, wo ihr nur mal gucken wollt, ob eine Spannung da ist, ob jetzt, wie beim Voltkraft, ob jetzt da eine Spannung auf der Steckdose ist, da kann dieser Effekt, dass die hohen Frequenzen gar nicht erst ankommen, da kann dieser Effekt für euch positiv sein. Denn das bedeutet, das Voltkraft zum Beispiel, das misst für euch nur ausschließlich die 50 Hertz und vielleicht ein bisschen drüber, sagen wir mal, da bis ein paar Kilohertz Anteile, das heißt, alle hochfrequenten Störungen, die auf dem Netz drauf sind, sieht das Messgerät gar nicht, das heißt, da messt ihr eher den RMS von den 50 Hertz Netzspannungen. Aus dem Grund hat zum Beispiel das Agilent auch diesen Tiefpassfilter drin. Und mit Hilfe von diesem Tiefpassfilter werden zum Beispiel auch diese hochfrequenten Anteile rausgefiltert. Da sind wir zum Beispiel jetzt beim Agilent bei einem Kilohertz sind wir da bei 2,5 Volt, wenn man den Tiefpassfilter reinpackt. Und bei 2 Kilohertz bricht es bereits ein auf 0, irgendwas und geht dann hier sofort Richtung 0 runter. Da hat man dann zum Beispiel eben diese ganzen hochfrequenten Störungen auf dem Netz nicht mitgemessen. Man misst also wirklich rein von diesen 50 Hertz plus vielleicht ein paar Oberwellen, misst man da das RMS des Signals. Genau, also wie gesagt, nochmal ganz wichtig, überlegt euch vorher, was habt ihr für Signalverläufe, wie sehen die aus und welche Frequenz haben die. Ihr braucht also einmal die Form des Signals, also Sinus, Rechteck, Dreieck, was auch immer, und ihr braucht da ungefähr die Frequenz. Und dann könnt ihr gucken, reicht das Messgerät, das ich habe, oder reicht es nicht aus. Ja, das war es jetzt zum Thema RMS, Frequenzbereich und so weiter. Wir gehen in der nächsten Folge endlich mal weiter zu einer anderen Messung, wir gehen zur Gleichstrommessung und schauen uns mal da ein paar Dinge an, die da auftreten können. Vielen Dank fürs Reinschauen, vergesst den Daumen nach oben nicht, abonniert habt es eh schon alle brav. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschau!